Und am 19. zum Vorbericht gegen Bayern 04 Leverkusen, Auswärtsspiel, am Samstag das letzte Spiel vor der WM. VfB 2 zu 1, Hertha BSC, in erster Linie erstmal gute Besserung an Kapitän Wataru Endo, dieser Kopfzusammenprall, ganz übel bewusstlos gewesen, solche Szenen will keiner sehen im Fußball, passieren leider viel zu oft. Es gab Entwarnung jetzt ein bisschen, es gab keine weiteren Komplikationen im Krankenhaus, da dürfte auch schon wieder raus sein, sogar die WM scheint noch möglich zu sein, das aber natürlich rückt in den Hintergrund, ganz klare Geschichte, jetzt zum Spiel. Es sind tatsächlich mal wir, die in Führung gehen. Vierte Minute, geiler Pass von Tomasch, gut in Form aktuell und Gerasi eiskalt, einfach wirklich ein geiler Transfer, Gerasi muss man mittlerweile einfach sagen, nach den Spielen, die wir jetzt gemacht haben, mit ihm super Kaleitischersatz. Haben auch mehr vom Spiel, kassieren dann aber das 1 zu 1, der andere verschätzt sich komplett, schöne Flanke auch und dann Luke Bakio 1 zu 1. Hatten vor der Halbzeit, ja, mehr kleinere Chancen als jetzt die Hertha, für mich ging aber das 1 zu 1 zur Halbzeit irgendwie okay. Nach der Halbzeit wieder ein bisschen der Schlendrian drin bei uns, Hertha aber auch, also es war keine besonders ansehnliche besondere zweite Halbzeit, muss man ja sagen. Auch für mich sehr, sehr stark nach 1 zu 1, wie befürchtet vor dem Spiel auch. Hinten war es dann teilweise vorgewählt, also wir haben Hertha einiges angeboten an Absprachefehlern, Passfehlern und so weiter. Hertha war auch näher dran, Mafropanos mit einer Kläraktion auf der Linie, passt auch zum späteren Verlauf, das ist gerade er, dass sie geklärt hat auf der Linie, zum möglichen 1 zu 2. Weil wir hatten noch die Mio-Chance, kurz vor Abpfiff quasi, kurz vor Nachspielzeit oder in der Nachspielzeit schon, weiß ich gar nicht mehr. Und da dachte ich, gut, das wäre es jetzt gewesen, wie die Gerasie-Chance in Gladbach, das wäre es gewesen, der glückliche Moment quasi, um hier noch mehr mitzunehmen. Dachte doch beim letzten Ecksturz, natürlich bist du hyped, wie gesagt, aber da haben wir auch so ein bisschen das Militmagie, ist doch irgendwann aufgebraucht so. Also wie oft soll dieses Drehbuch noch kommen und es kam halt trotzdem nochmal. Sosa, grandiose Ecke, Traumkopf einmal von Panos 2 zu 1, 98. Minute, die komplette Eskalation auch im Vlog zu sehen. Geil abchecken, das Ding, was er nicht getan hat oder gerne auch nochmal abchecken. Zu geil auch einfach immer diese zehntel Sekunde, diese kurze Stille in der Kurve, wo alle realisieren, was ist hier gerade passiert, der Ball ist gerade reingeflogen und dann die komplette Explosion, einfach nur geil. Und das ist krass halt auch, das dürfte, glaube ich, das erste direkte Tor nach Eckball gewesen sein in dieser Saison und ja, was für ein Wichtiges. Borna Sosa nochmal, weil im letzten Vorbericht war er auch schon drin mit dem Unterpunkt jetzt wieder, weil Montagabend kam vom Sky Transfer Update die News, dass scheinbar laut dem Wortlaut von denen wir ihn verkaufen wollen und müssen im Winter. Wir erinnern uns, wir haben seit 2019 oder seit den letzten Jahren jedes Transferfenster aufs Neue eigentlich nur Überschuss gemacht, immer viel mehr eingenommen, als wir ausgeben konnten. Seit 2019 sind es, wie gesagt, fast 100 Millionen plus, was die Transferfenster angeht, Abstieg, Corona-Lücken, Stadion-Umbau, alles zu decken, alles okay, aber so langsam will ich mir die Scheiße nicht mehr anhören. Bin ich auch ganz ehrlich, langsam reicht es, Sommer war für mich das letzte Mal, wo ich gesagt habe, jo, von mir aus verstehe ich noch, ab jetzt nervt es. Wie beschissen können wir eigentlich finanziell dastehen bei sowas? Gleichermaßen natürlich würde es kein Wundern, wenn Sosa wechselt. Aktuell spielt er sich in Topform, hat die Möglichkeit für eine gute WM, ist da auch im Kader logischerweise, wird auch wahrscheinlich mehr damit in der Stamm spielen, gehe ich mal davon aus. Und dann wechselt er halt, wie gesagt, würde keinen wundern, aber dann bitte aus Leistungsgründen, da will ich kein Wort von finanziell oder so einer Scheiße hören. Der Wortlaut gefällt mir überhaupt nicht, das würde ich mir wünschen. Und eben auch, was ich mir wünschen würde, dass es ja ans höhere Ende dieser Ablöse geht, auch wenn hier den Berichten man Glauben schenken will. 15 bis 25 Millionen wird berichtet, der Kollege hat 20 Millionen Marktwert, hat Vertrag noch bis zur 25, keine Ausschiedsklausel, kein nix. Außenverteidigermarkt, Linksverteidigermarkt ist immer sehr eng, immer sehr schwer auf dem Niveau. Also da will ich schon eher an die 25, an die 30 ran, 15 wäre ja ein Witz. Mal gucken, wie es aussieht im Winter, vielleicht auch erst im Sommer, muss man gucken. Bei Sosa, wie gesagt, der identifiziert sich komplett mit dem Verein, der würde einen guten Abschied bekommen. Letzten Winter ist er geblieben, Klassenhalt gerettet. Seit Jahren hier, der letzte Transfer, der nicht vermisstet hat war, das ist noch ein Reschke-Transfer, der dienstälteste im Kader. Also der würde einen gebührenden Abschied bekommen, das wäre okay, wenn er wechselt, auch von der Leistung her. Würde sich auch mehr als würdig verabschieden im Heimspiel vor den heimischen Fans, eben mit dieser geilen Ecke auf Mafropanus. Aber, klingt ja auch hier schon an, würde ein sehr, sehr schmerzhafter Abschied werden. Neue Marktwerte. Transfermarkt.de hat angepasst, hier im Schnelldurchlauf, ist jetzt nichts allzu spektakuläres dabei, aber ein bisschen was Interessantes schon. Die Verlierer, Kodibali um 500.000 runter auf 2 Millionen, Endo von 6,5 auf 5 Millionen runter, Antrim auch um 1,5 Millionen runter, jetzt ist er 4,5 Millionen wert. Silas von 2 Millionen runter, von 15 auf 13, Müller von 5,5, oder um 2,5 Millionen sogar runter, auf 3 Millionen, das ist das Heftigste, was die Verlierer angeht. Gewinner, Pretlo bekommt 200.000 dazu, jetzt 700.000 am Marktwert, Mio steigt auf 2,5 Millionen, um 500.000 hoch, Ito auch schön verdient, 1 Million hoch, nun 5,5 Millionen Marktwert, so gehört sich das. Auch Armada verdient, ist von 4 Millionen auf 5,5 Millionen hoch, so muss das. Starke VfB-Jugend. Ich meine, wir wissen es ja, dass wir einige starke Talente haben, jetzt vor kurzem erst die schöne Stadtölbegewonnen, U17 war es glaube ich, 12-0 gewonnen, gegen Tukar Kickers, geile Aktion. Hannes Wolf hat nun, der ist ja Coach bei der U20-Nationalmannschaft von Deutschland, hat Eckloff und Kastanaras mitgenommen und dazu, das ist der Hauptgrund für diesen Unterpunkt hier, kam jetzt raus, oder wurde jetzt veröffentlicht quasi, Laurin Ullrich, wurde ausgezeichnet. Unser Talent ist ja auch schon im Bundesliga-Kader mit dabei, im Profikader Fritz-Walter-Medaille, die höchste Einzelauszeichnung im Nachwuchsfußball in Deutschland, da hat er Silber erhalten, Glückwunsch. VfB ist gleich Verschiebungen fürs Bescheuertwerden, weil was ist denn so rund ums Hertha-Spiel noch so passiert? Erstens, Michi Wimmer bleibt mindestens bis nach der USA-Reise, diese ist ja bekanntlich vom 14. bis zum 21. November, also direkt nach dem Leverkusenspiel. Auf diese Reise wird auch Sven Missentat mitgehen, Werle nicht, der ist ja in seiner Rolle bei der DFL am Start auf der Mitgliederversammlung am 17.11. Missentat ist aufgefallen nach dem Spiel mit ein paar Aussagen zur Trainerfrage, die ja alle inhaltlich korrekt sind, aber natürlich trotzdem wieder ein bisschen mehr Feuer reinbringen in Interpretationen. Nach dem Motto, er sei der falsche Ansprechpartner für die Trainerfrage wegen eben dem Vertrag, er ist ja nicht sicher über den 30.06.223 hinaus da, da kann er die Entscheidung nicht alleine treffen, das müssen Menschen entscheiden, die eben sicher langfristig da sind und so weiter. Da klingt auch bei ihm raus, dass er Wimmer gerne halten würde als Trainer, ist überzeugt, Punkteschnitt und sowas angebracht da in den Zitaten von ihm. Der sammelt ja auch weiter Argumente, wichtiger Heimsieg geholt wieder, krass auch hier. Wimmer hat jetzt einfach gleich viele Bundesligasiege im Jahr 2022 geholt, wie Materazzo, beide drei Stück. Es gäbe einen klaren Fahrplan, hat er gesagt, und es gibt Dinge, die zu besprechen sind, auch nichts Neues. Was allerdings rausklingt, was die meisten, ich ja auch glaube, das Missland hier nicht verlängert wahrscheinlich. Also die Chance ist natürlich noch da, aber es wirkt auf mich nicht so klar ist, dass auch halt wirklich dann großartig vor Dezembro nichts passiert. Die USA reist es am 21.11. durch, da befinden erstmal keine Gespräche statt und auch, solange keine Missland-Tat-Entscheidung getroffen ist, das merkt man ja auch, dass wir auch alles nach hinten schieben, wird es auch keine Trainer-Entscheidung geben. Die wird es erst geben, wenn die Missland-Entscheidung da ist und eben im Worst Case ohne ihn dann schon, wenn sie getroffen wurde, die Entscheidung. Das ist eine Fischieberei, das ist nur noch absurd, seit Monaten wird das Ganze nach hinten verschoben. Ich glaube, Werle wollte ja auch noch zur WM reisen, da kommt nochmal weiterer Termindruck hinten drauf. Ja, die einzige Hoffnung, wie gesagt, die Restchance bleibt noch bei Missland-Tat, ist eben im Zeitpunkt von der letzten Verlängerung weiterhin, weil die war auch erst im Dezember, 17. Dezember 2020 hat er verlängert, also es wäre nicht untypisch, wenn erst im Dezember was passiert. Natürlich für uns, weil es eben schon so lange angeteasert wurde, immer ätzender, dass sich das wirklich mal für drei, vier Monate gezogen hat, bis jetzt irgendwann das passieren würde, endlich mal. Ja, Argumente gibt man durch Ergebnisse im Fußball, das hat Werle in seinem Selbstinterview quasi geäußert auf der VfB-Homepage, also können wir wirklich fast in das Leverkusen-Spiel reingehen, mit der, ja, mit der Devise Punkten für Missland-Tat. Bayer Leverkusen, es geht nach Leverkusen, die spielen eine komplette Seuchensaison, haben auch schon Trainerwechsel durch, Seouane ist raus, seit Anfang Oktober ist Xabi Alonso da, gestartet mit einem 4 zu 0 gegen Schalke, danach aber weiter ergebnisschwach gewesen, wettbewerbsübergreifend gab es sechs Spiele lang wieder weiterhin keinen Sieg, nun der Kantersieg gegen Union zu Hause und der glückliche Sieg in Köln, hätte ich vor der Saison im Leben nicht gedacht, dass die da so schlecht spielen, so schlecht abschneiden, hatte die auch wirklich in meiner Prognose als Überraschung drin, als positive Überraschung, ich hatte die ja so ein bisschen, ne, Topspieler gehalten, guten Kader, auch Leute dazugeholt, ähm, in meiner Prognose wäre ich fast auf Platz 2 gegangen mit denen, haben mir, glaube ich, Platz 3 getippt, nun aktuell ist es Platz 13, Platz 13. 15 Punkte haben sie, punktgleich mit Augsburg, beide auch nur einen Punkt mehr als wir, ähm, normalerweise, wie gesagt, da unten kein Kandidat, aktuell, wie gesagt, auch zwei Spiele gewonnen, aber das ist, das bleibt einfach ein 6-Punkte-Abstiegskampf-Spiel halt aktuell, ein direktes Duell. Enger Abstiegskampf und ich habe es doch vor dem Spieltag gesagt, dass da unten alle punkten können, gesagt, getan, Bochum schlägt Gladbach zu Hause, Schalke schlägt Mainz zu Hause, das macht diesen Sieg gegen Hertha, gegen Berlin, noch so dermaßen viel wichtiger, weil sonst, jetzt haben wir 14 Punkte, bei Niederlage wären wir halt einfach auf 11 Punkten stehen geblieben, Schalke hat nur 9, Bochum hat 10 Punkte, das wäre so dermaßen eng geworden, jetzt haben wir wenigstens 14 Punkte, ein bisschen Puffer, so ein Sieg Puffer, Torverhältnis ist immer ein Punkt oben drauf zu rechnen, ähm, weil die ja dermaßen ein schlechtes Torverhältnis haben, das stehen wir aktuell immer vor denen da unten, vor Bochum und vor Schalke, gleichermaßen halt saumäßig nervig für uns, dass sich eben kein klarer Absteiger da unten abzeichnet. Nun zum letzten Spieltag vor der WM, Big Points sind hier möglich, wir spielen Leverkusen immer noch unten drin, trotzdem Sieg in Köln, Hertha zu Hause gegen Köln, Schalke zu Hause gegen die Bayern, Augsburg gegen Bochum, da hat Hertha Chancen, ist ein Heimspiel, Schalke normalerweise nicht und eben das direkte Duell von Augsburg gegen Bochum, sauwichtig für Augsburg und Bochum holt normalerweise aktuell nur Zuhause Punkte, wahrscheinlich eher ein Dreier für Augsburg da drin, mal sehen, gemischter Spieltag mit einem Sieg in Leverkusen auf 17 Punkte hoch, würde man halt einen riesen Schritt machen. Aufstellung, die PK ist erst morgen früh, zwei Sachen sind aber klar nach dem Hertha-Spiel, Endo ist ausgeschlossen und Dinos hat sich die fünfte Gelbe gefangen, ist auch gesperrt, tun beides sehr weh, beides wichtige Stützen. Für Endo gibt es ein paar Kandidaten, dürfte aber vermutlich Karasor werden, das ist noch ein Nachteil, vielleicht, weiß ich nicht. Dinos auch zu ersetzen, auch da Karasor eine Möglichkeit, defensiv, Stenzel auch, Zagadou ist auch möglich, am ehesten wahrscheinlich Wagnoman, wenn der jetzt eben fit genug ist für eine Startelf. Eklop und Mio, auch die Frage, wer spielt von den beiden, Führig vielleicht wieder möglich, weiß man halt nicht, der war ja auch angeschlagen, raus am Dienstag fürs Spiel. So kann man aber so oder so in diesem, ja, 4-3-3 bleiben, was wir da gespielt haben, gegen die Hertha. Machen wir mal so, Müller von links dann nach rechts, Sosa, Ito, Anton, Wagnoman, Karasor auf der Endo-Position, davor Ahamada und Mio statt Ekloff. Silas auf rechts bleibt da, wenn auch nicht so stark, vielleicht da, wie gesagt, eine Möglichkeit für Führig oder sowas zum Beispiel. Tomasch links, spielt sich in gute Form, muss da spielen und im Sturm natürlich Gerasi. Prognose, es sind sowas von Big Points drin in Leverkusen, tabellarisch wäre es ein großer Schrift, wie gesagt, 17 Punkte mit einem Sieg, 2 vor Leverkusen und eben dann gucken, was der Rest da unten macht. Glaube ich daran, naja, weiß ich jetzt nicht. Also sehr ehrlich muss man sein, Leverkusen ist unangenehm für uns, immer als Gegner, egal ob zu Hause oder auswärts. Wir gewinnen da gefühlt nie. Das letzte Mal 2-18 gewonnen in Leverkusen, das war in dieser absurden Rückrunde, da haben wir die 3 Punkte durch das 0-2-1 dermaßen geklaut in Leverkusen und davor war der letzte Auswärtssieg in Leverkusen im Jahr 2009. Wir haben das gesamte Kalenderjahr 2022 noch keinen Auswärtssieg geholt. Wäre natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Leider eben nach Bochum und Bielefeld den Push nicht mitgenommen nach Dortmund und verloren. Nach Augsburg den Push auch nicht so wirklich mitgenommen nach Gladbach, auch wenn es da ein bisschen besser lief, aber halt eben auch verloren. Jetzt eben der nächste Versuch, wie man eben auf so einen Last-Minute-Push reagiert, wie man den mitnimmt nach Leverkusen. Es ist ein großer Schritt drin, jeder Punkt da unten ist in der Tabelle wichtig. Ich gehe nicht so hoch mit einem Sieg. Ich erhoffe mir aber einen Punkt da in Leverkusen 2 zu 2. Hier könnt ihr immer abstimmen im Community-Tab und eure Meinung in die Kommentare. Schöne Aktion, weil was ihr vielleicht auch im Community-Tab gesehen habt, gestern ist das Video von deinem VfB. YouTube-Format zum VfB-Sogard vom SWR Sport. Kurz und knackig, gut geschnitten, eben Memes drin, Musik hinterlegt und sowas. Gehen mit der Zeit, haben YouTube verstanden. Community ist eingebunden, ein sehr nices Format. Und eben, was ihr auch am Ende gesehen habt, das Shoutout am Ende des Videos. Vielen Dank da nochmal. Heftig einfach, wie weit wir, auch ein Zeichen an euch, auch ein Danke an euch, wie weit wir mit dem Kanal gekommen sind. Freut mich sehr, dass die Kollegen da vom SWR, da auf mich zugekommen sind und das gemacht haben. Von sich aus sehr, sehr korrekte Aktionen. Schaut also gerne mal bei denen vorbei. Wir müssen den VfB auf YouTuber hier zusammen pushen. Dann noch hier der gesamte Spieltag getippt. Samstag gibt es natürlich Livestream-Reaction zusammen auf das letzte Bundesligaspiel bis zum 21. Januar 2023. Hoffentlich ein erfolgreiches. Bedankt fürs Zuschauen. Da ist gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.